Hallo ihr Lieben! Das wird mein erstes großes Follow-me-around. Heute geht es zum Turnier mit der Soli. Jasmin guckt mich gerade im Hintergrund an, deswegen muss ich so lachen. Ich habe schon alles vorbereitet. Der Hänger steht schon da, das Auto. Ich habe schon alles gepackt. Ich musste leider die Soli etwas duschen. Das ist der Nachteil eines offenen Stalls. Die hatte sich ordentlich eingesaut. Die Beine, der Hintern, der Schweif. Ja, ist nicht so schön bei 8 Grad, aber ich sehe jetzt durch. Wir bereiten heute eine Dressurpferde-A. Das wird unsere erste Dressurpferde-A zum Turnier an der Mastener Heide. Wer es nicht kennt, ist ein ziemlich großer Stall. Die haben selber ganz viele Jungpferde, auch Zuchthengste. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so die großen Hoffnungen, dass wir irgendwie platziert sind. Für mich ist das Wichtigste, dass wir ein schönes, flüssiges Tempo haben, dass die Anlehnung einigermaßen konstant ist. Ja, dass sie lieb ist. Darum mache ich mir jetzt nicht so den Kopf, weil Soli ja wirklich eins der entspanntesten Pferde ist, das ich kenne. Okay, ich mache jetzt mal weiter, einflechten und so. Wir sehen uns später. Tschüssi! Musik 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 da sieht man meine auswahl an magnet stirnriemen heute gibt es den hier fürs turnier da seht ihr die weltbeste turniertrottelin jasmin sehr schön auf der rechten hand die mittelschritte abteilung bild anfang rechts drehen links marschieren auf arsch anfang rad grüßen ab dann muss am recht auf dem arbeitsdeck umschlagen Auf den mittelzirbeln. Ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Trittverlängern und Leichtfaden. Im Arbeitsstekte aussitzen, Abteilungsschritt, Mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. Abteilungsschritt auf den Zirbeln. Abteilung im Arbeitsstekte Galopp, Arsch. Ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln. Auf der Wechsellinie, Abteilung im Arbeitsstekte, Arsch. Auf den Zirbeln. Abteilung im Arbeitsstekte Galopp, Arsch. Ganze Bahn. Galopp, Schrittverlängern. Im Arbeitstempo. Abteilung im Arbeitstempo. Tragen. Auf den mittelzirbeln. Dabei Zügel aus der Hand kauen lassen, Leichtfaden. Zügel wieder verkürzen, Aussitzen, Ganze Bahn. Anfang links drehen, rechts marschieren, auf. Arsch. Anfang. Anfang. Du. 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 Ich bin super zufrieden. Wir hatten ein paar Schwächen, beim Ungeloppieren es einmal falsch angesprungen, aber ansonsten mit dem Fleiß, die war so saubequem zu sitzen, es hat einfach nur Spaß gemacht. Mitteltrab hat sie super gezogen, Zügel aus der Hand kauen lassen war super. Ja. So kann's weitergehen. Tschüss. Ich bin jetzt wieder bei mir zu Hause. Ich bin durchgefroren und K.O., aber ich wollte euch mein Protokoll nicht vorenthalten. Ich lese mal eben vor. Arbeitstrab, sehr wohl schwingend, noch gleichmäßiger. Trabverstärkung, sicher aus der Hinterhand. Schritt, sicher geregelt, fleißiger. Galopp, Arbeitsgalopp, sicher in Durchsprung, Anlehnung verbessern. Durchlässigkeit, Grußaufstellung sicherer erwünscht, offenes Maul, Zügel aus der Hand kauen lassen, noch gleichmäßiger fallen lassen. Ja, das war's. Also alles, was da drin steht, kann ich so unterschreiben. Die Anlehnung ist ja sowieso unsere Dauerbaustelle, aber was soll's. Wir sind zufrieden.